Zum Abschluss der Reise haben wir noch nicht eins. Echt jetzt? Ich auch. Das ist ja nett. Was ist denn nett? Guck mich jetzt mal rein. Überlegen Sie mich nochmal. Cool. Aber wie? Das ist ja nett. Da unten steht noch ein richtiges Wort an der anderen Seite. Das habe ich nur gesehen. Klar. Vielen Dank, super. Ach Mensch, das ist ja über die ganze Historie und so. Also vielen Dank, Babsi. Ja. Das ist ja ein Ding. Ach, das Rudiakett gibt es schon und so. Ja, ja. Das sind alle. Also waren Sie Johannes noch so gut klein. Steht auch ein bisschen was drin. Bitte? Steht auch ein bisschen was drin.